Warum wollen wir, um anderen zu helfen, ein Konzept verwenden, das in Jahrtausenden entwickelt wurde, um andere Leute zu unterdrücken, auf Ausbeutung und Zwang basiert, warum benutzen wir nicht ein anderes System? Ich werde in meiner Rede vor allem darüber reden, warum wir Identifikation brauchen, um langfristige Lösungen zu erzielen, was eigentlich die Situation in einem Fade-State ist und warum auch Kolonialisierung bei uns im Land Schaden verursacht und gegen unsere Grundwerte widerspricht. Aber erst noch ein paar Punkte des Übersetzes. Da wurde gesagt, ja, das Problem in einem Fade-State ist, dass wir mehrere Gruppen haben und dass einige Warlords andere Gruppen unterdrücken. So, wenn wir jetzt da reingehen, werden doch diese Warlords nicht einfach den Machtverlust, den sie erreichen, akzeptieren. Also die werden auch nicht sagen, ja, okay, wir akzeptieren euch, sondern die werden sich wehren. Die haben die Waffen, die werden auch sich gegen uns wehren und das wird dann zu Gewalt führen, gegen die Kolonialen. Entweder wir ziehen uns dann zurück, dann haben wir gar nichts erreicht, oder wir müssen sie unterdrücken und wir müssen eben diese Leute unterdrücken und das sehen wir eben als Wehrmenschen. So, dann hat Matthias erzählt, ja, wir kennen ja, was das ist für die. Da frage ich mich, woher wissen wir das? Das ist irgendwie auch, die Kolonialisierung ist auch schon 70 Jahre her, also da ist auch viel passiert in diesen Ländern. Die Kulturen sind unterschiedlich, die haben vielleicht eine andere Art zu wirtschaften. Da gibt es andere Machtstrukturen, die wir einfach nicht kennen und nicht erfahren, weil sie nicht in unsere eigenen Kulturen reichen und von unserer eigenen Welt mitpassen. Dann hat uns Matthias erzählt, ja, ist auch super, wenn wir jetzt eine dritte Partei hier haben und wir hier agieren können. Aber wir glauben, es ist gut, wenn wir die dritte Partei sind, aber als Mediator, also als Externer, der nicht im Konflikt mit drin ist. Also es ist ein Unterschied, ob wir doch Teil des Konflikts sind. Und was haben wir dann noch von der ersten Regierung gehört, was hier noch übrig geblieben ist, dass es eben die beste Möglichkeit ist, um diese Fade-States zu stabilisieren. Wenn wir uns anschauen, was eigentlich passiert ist, früher, also wann hat es geklappt, Staaten aufzukommen? Und das haben wir erst Sicherheit hergestellt. Das glauben wir, das können wir auch durch ein UN-Mandat oder durch eine militärische Intervention herstellen. Manchmal ist sogar das Problematische und funktioniert eben nicht so einfach. Aber dann haben wir immer sehr passiv gehandelt. Also wir müssen diplomatisch handeln, wie beispielsweise in Jugoslawien. Da haben wir eben dann Berater hingeschickt, haben eben denen geholfen, eine Regierung aufzubauen, aber waren nie selbst Teil der Regierung. Und das ist hier eben das Motto-Leben. Also so hat das früher funktioniert. Und dann haben wir gesagt, ja, wir können ja jetzt halt etwas anders machen als früher. Warum hätte ich es dann Kolonialisierung in die Krankenhäuser, aber auch in der Strukturen herstellen? Das ist doch Entwicklungshilfe. Das ist das, wo wir uns erzählen, dass wir uns beraten, dass wir uns beraten, dass wir uns beraten, oder irgendwie dann die Entwicklungshilfe, also die Gelder, die wir da hinschicken, an bestimmte Bedingungen knüpfen. Da müssen wir halt die Entwicklungshilfe, wenn ihr erzählt, das funktioniert alles nicht, müssen wir sie halt intelligent gestalten. Und vielleicht sogar auch mal eine Gruppe unterstützen, um die Zentralgewalt wieder herzustellen. Aber nun zu meinem ersten Punkt, was eigentlich die Situation in einem Fels steht. Das Problem in einem Fels steht, es gibt kein Gewaltmonopol des Staates. Es gibt keine Zentralgewalt, zum Beispiel sehen wir das in Somalia oder Afghanistan. Wir haben viele Splittergruppen und kein Stamm oder keine politische Gruppe kann sich durchsetzen und diesen Staat regieren. Also das heißt quasi, warum würden, wenn wir als Externe kommen, warum, wenn da schon unter sich niemand akzeptiert wird als Herrscher, warum werden wir dann eben akzeptiert? Also das ist eben auch neu, dass eben dieses Fels steht in sich schon niemanden als Herrscher akzeptiert. Und wir werden dann einfach nur als weitere Bedrohung von bestimmten Gruppen, dass wir denen die Macht wegnehmen, erfunden. Und das wird zu Terrorismus, Gewalt und Sabotage führen. Und was ist denn jetzt eigentlich Kolonialisierung in diesem Fels steht? Bedeutet, dass wir eben dann die Stadt und Strukturen stellen, dass wir Infrastruktur aufbauen und dass wir aber auch die Verwaltung durch uns selbst füllen. Also wir werden dann den Gouverneur stellen, wir werden die Leute stellen, sonst wäre das nicht Kolonialisierung. Und das bedeutet eben, wir müssen durch Zwang agieren. Also wir müssen die Leute unterdrücken, weil die eben uns nicht akzeptieren. Und das führt eben dann meistens dazu, dass, also warum Kolonialisierung oft Zwang beruht, sieht man eben auch in der Geschichte, dass eben die meisten Kolonien sich befreit haben und nicht sich selbst entlassen haben. Aber nun eben zum zweiten Punkt, warum müssen wir langfristig, können wir denen nur helfen, wenn wir die Identifikation mit ihrem Staat herstellen, weil wir sonst eben nichts erreichen. Wir glauben, dass Wohlstand und Sicherheit dann passiert, wenn die Leute glauben, ihr Staat ist das Richtige, ich werde was tun für meinen Staat und sich als Somalia fühlen und nicht eben als kleiner Stamm, sondern gemeinsam an diesem Staat arbeiten. Das Problem ist eben, dass wir eben diese Identifikation und diese Rechtssicherheit, die damit auch einhergeht, weil eben die Leute solidarisch miteinander umgehen, nicht passieren. Weil eben die Kolonialisierung darauf passiert, erstens, dass wir zwei Klassen schaffen. Wir haben nämlich die Kolonialherren und wir haben die Einheimischen. Das ist eben undemokratisch. Also wir haben eben nicht, die Strukturen werden nicht vom Staat, wir haben keine nationale Elite, die eben dort aufgebaut wird. Und wir gefährden hiermit auch die Rechtssicherheit. Und das möchte ich noch ein bisschen näher erklären. Weil eben Rechtssicherheit nur dann passiert, wenn alle Leute in dem Staat dieses Rechtssystem auf einigermaßen akzeptieren. Also sonst wird das immer unterwandert. Dann mag das vielleicht im Gesetz stehen, aber die Leute werden es dann immer auf einer kleinen Ebene, auf den kleinen Gerichten, in der Polizei, auf der Exekutivebene eben nicht akzeptieren und nicht durchsetzen. Aber genau diese Rechtssicherheit und diese nationale Identität, die mit einem hergeht, dass man glaubt, dieses System, dieses Rechtssystem ist richtig, ist gut, was wir uns selbst ausgedacht haben und nicht von außen aufgedrückt wurde, ist eben notwendig, um langfristiges Wirtschaftswachstum zum Beispiel zu erzeugen. Weil Rechtssicherheit ist wichtig für Investitionen in dem Land und ist eben wichtig, weil eben nur wenn man weiß, dass man aus seiner Investitionen auch wieder was zurückbekommt, werde ich auch investieren. Und nur wenn ich weiß, ich kann mich darauf verlassen, dass dieses Rechtssystem von allen getragen wird, werde ich auch etwas tun. So, kleine Frage. Du hast ja schon richtig erkannt, es gibt da keine vernünftigen Strukturen, aber wenn du so über Rechtssicherheit sprichst, dann redest du wie über einen EU-Beitrittskandidaten, und nicht über ein Land wie Somalia, wo die Leute tatsächlich von den Warlords erschossen werden. Da müssen wir erstmal für Sicherheit sorgen. Genau, für Sicherheit sorgen wir durch zum Beispiel einen UN-Einsatz oder durch eben militärische Interventionen. Aber ich habe gerade eben gezeigt, warum wir langfristig diese Rechtssicherheit nicht herstellen können. Und wenn wir wieder gehen, dann würde dieses System auch wieder zusammenbrechen, weil es von niemandem getragen wird. Aber nun, warum schadet das eigentlich auch uns? Wir sehen eben, dass historische Kolonien vor allem ein Verlustgeschäft waren. Also die wurden nicht akzeptiert durch die Bevölkerung. Das heißt, wir mussten meistens diese Leute unterdrücken. Und das widerstrebt auch uns, also einfach der Moral von uns als westliche liberale Demokratie. Weil wir wollen diese Mittel eigentlich nicht einsetzen, müssen sie aber, damit das überhaupt funktioniert. Und auch das wird bei uns politisch einfach niemals akzeptieren, weil erstens finden viele einfach das Konzept der Kolonialisierung schlecht, weil man eben gesehen hat, historisch, dass das problematisch war. Und zweitens auch werden viele sagen, warum haben wir jetzt die Verantwortung, das zu tun? Irgendwie, das ist 50, 100 Jahre her. Wieso müssen wir uns da jetzt engagieren? Müssen unsere Grundwerte verletzen, um anderen irgendwie den Frieden zu bringen, wo ja nicht klar erklärt wurde, wie das denn eigentlich funktioniert? Also warum müssen wir uns diese Bürde auftragen, gegen unsere eigenen Grundwerte zu widersprechen? Und aus all diesen Gründen, weil wir denen langfristig nicht helfen, weil wir Nationalismus dort in diese Länder bringen können und das nicht schaffen, voll außen gegen diese Länder. Vielen Dank.